Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute habe ich euch eine Top-Trainer-Box von der Serie Schwert und Schilder, noch zwei Packs. Ich habe hier zwei Trainer-Boxen, eine mit Session und eine mit Sama Center. Ich habe heute die von Session dabei und ich würde sagen, wir starten erstmal mit den Packs. Kommt auf die Seite. Eins, zwei, drei, vier. Führe die Soma hervor. Und wir starten mit Kontini, Salaka, Voldi, Krabi, Kupfati, Energie, Furnifras, Fegleon, Geflö-Gewöhnliche Angel, Golifil-Goldin ist die Röschung, die Stirn, Mordipot. Hopplo-Fatalite-Maragaba. Pikachu, Gala-Mauzi, Feuer-Energie, Energie-Umschalter, Kerade, Gala-Flunch-Blick, Kastadus-Ruschen-Gestern, Sanaconda. Nichts Gutes, jetzt machen wir mal die Elite-Trainer-Box auf. Hier haben wir zwei schönes Glitzer, so richtig, also so Gold. Hier sehen wir nochmal so ein Büchlein, hier stehen Informationen, wie man Karten spielen kann. Ich lege es jetzt mal schnell durch. Und das war's. Und jetzt die Rain-Books. Wir haben hier erstmal die acht Packs. Hier so Schadensmarke, die ein bisschen anders aussehen als die anderen, also von 2019. Hier Karten drin. Hier haben wir alle Energien drin. Hier sind noch Sleeves. Hier gibt's noch Würfel, die sind aber diesmal anders. Die waren eigentlich von eins bis sechs immer hier. Hier gibt es jetzt 140, 100 und noch ganz viele andere Märkte. Und ich würde sagen, wir starten uns mit den Packs. Hier gibt's noch ein paar Packs. Escher, Galaponita, Wapel, Waubenwobel, Hopplo, Voldy, Blitzemirgi, Kesurio, Pokémonfänger, Alpollo, Flockball ist die Rösse und die Stirn, Libelle drunter, Holo. Okay, weiter geht's. Oh, da ist was. Papuli, Brezigel, Wulpix, Kletifux, Pupaccio oder so, Stahlenergie, Mantax, Schmetterhammer, Tausch, Pokerfänger. Wow, Mopepko Gigamax, Rainbow Rear. Ah, wie cool ist das denn? Das ist die beste Libe-Trainer-Box, sofort in der Hülle. Damit sofort... ...ne Rainbow... ...Pupac Gigamax in der Rainbow. Wie cool ist das? Dieses... Also, dieses hat sich schonmal sehr gelungen. Diese Box hat sich sowas von drin. Hier weiter geht's. Also, wenn wir jetzt nichts ziehen, ist es mir auch eigentlich egal. Aber es wäre gut, wenn wir noch was ziehen, weil ich bin schon von einer Rainbow ziemlich zufrieden. Konti, Baldini, Dicta, Pioscora, Hot, Hot, Finsternesenergie, Citrobeere, Cranloffits oder so. Chimsticks, Gold, hier sagt ihr, oder? Und die Sternen kann man du, dann holen. Aber so schlecht. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5 Packs übrig. 1, 2, 3, 4, wo war die 2 davor? Okay. Maratampa, Pikachu, Galamozi, Temopod, Volley, Blitzenergie, Luftballon, Pokekind, Furchtfraß, Galamozi, Gewürz, Stern, Sam, Ramon. Noch 4 Packs übrig. Also, wenn wir jetzt auch nix ziehen, bin ich schon zufrieden. Äh. Einer Rainbow. Jetzt machen wir einfach ein Skibbidi-Skibbidi weg. Ähm. Äh. Okay. Nichts so besonderes, aber ist egal. Kloktopus, Volley, Memmeon, Britzigel, Seh, 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 Sehkt. Feuerenergie, Energiesuche, Flottball, Voltula, Motiva, Rüssel, Stern, Le Pumatas. Noch 2 Packs. Hier könnte alles drin sein. Ne. 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 Ist auch egal. Oh, Leute, ich glaube, hier... Oh, hier ist was. Ich kann auch nicht was, aber hier ist wirklich was. 4, 1, 2, 3, 4. Wir starten mit Stahlenergie, Pokécom 3.0, Mogelbaum, Kotomi, Rihorn, Roselia, Castadur, Krabi, Garnat, Zickzack, Gold, ist der Wurst, und ich sterbe. Labras Full Art. Leute, was ist das eigentlich für eine Trainerbox? Das ist die beste Trainerbox ever. Was ist das, ey? Also, das war... Ich bin ziemlich zufrieden damit. Das ist so gut. Eine Rainbow Red Digamax und noch Labras W in Full Art. Also, ich bin völlig zufrieden und noch drei Holos, zweimal die Weltruhe und einmal Kommandontan. Ich bin ziemlich zufrieden und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Däumchen nach oben. Tschüss! Tschüss!